Da ganz hinten im Horizont seht ihr Kim. Ich habe mich so sneaker versteckt, dass sie mich nicht sieht und an mir vorbeifährt. Oh fuck, jetzt ist sie noch über die grüne Ampel gekommen und ich nicht. Das ist ja auch noch rot, ey. Dass eine Ampel so viel ausmachen kann, hätte ich nicht gedacht. Also wirklich nicht. Yippie, Yippie, die Sonne lacht. Keine Ahnung, ich reime nicht, ich habe es nicht drauf. Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Motorvlog. 22 Grad, da muss man erstmal eine Runde drehen. Ich habe jetzt gerade Feierabend gemacht, das ist heute Montag. Also ich würde sagen, ich, äh, 10 Jahre später. Kim hat um 18 Uhr Feierabend, sie hat Spätschicht im Moment, wegen diesem ganzen Corona-Dingsbums und so, haben die verschiedene Schichten. Und ich lasse mich nicht lumpen und sie wollte nämlich jetzt gleich danach zu mir fahren, sie ist auch mit dem Motorrad zur Arbeit gefahren. Und deswegen fahre ich ihr entgegen, sie weiß gar nichts davon. Ich weiß nicht, ob ich es zeitlich schaffe, dass ich, ähm, dass ich sie direkt von der Arbeit abhole oder ob ich, äh, ja, ob ich sie jetzt auf dem, ob sie mir auf dem Weg entgegenkommt. Mal schauen. Eventuell bin ich ja schon vorher, schaffe ich es ja schon früh da zu sein. Aber dann werde ich wahrscheinlich den Arbeitsplatz ein bisschen zensieren. Muss ja nicht jeder wissen, wo meine Freundin arbeitet. Jawollo! Ein Ampel-Rack-Start! 1er BMW, hä, willst du rennen? Guck mal, im Park ist immer noch richtig was los. Corona-Krise hin und her. Ist doch Ravensberger Park hier. Nee, Ravensberger? Nee, 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 Oetker Park. Oetker Park? Ja, Oetker Park. Im Oetker Park ist trotzdem richtig was los, ey. Bei dem guten Wetter. Juckt die halt einfach nicht, dass da irgendwie Corona-Season ist. Sieht so aus, wie als wäre, keine Ahnung, als wäre nichts, als hätten alle Geschäfte offen und es wäre ganz normal. Es ist richtig viel los hier. Alle Leute laufen hier spazieren. Das wäre nichts gewesen. Ich muss mal gucken, wie spät ist das? Ich bräuchte eine Uhr. Das wäre jetzt voll tüfte, so eine Uhr. Das wäre voll geil. Dann könnte ich nämlich wissen, vielleicht könnte ich dann Abschlenker durch die Stadt machen. Ich würde nämlich gerne gucken, was in der Stadt los ist. Ich bin da ewig nicht mehr lang gefahren. Ich würde mal gerne gucken, ob in der Stadt, trotzdessen, dass alle Geschäfte zu sind, da trotzdem Leute rumlaufen. Es macht ja echt gar keinen Sinn, dass da irgendwelche Leute rumlaufen, wenn die Geschäfte alle zu sind, oder? So gut in der Zeit bin ich jetzt auch nicht. Naja, ich riskiere mal nichts. Ich fahre dafür durch den Ost-Westfalen-Darm-Tunnel und knatter da ein bisschen durch die Gegend. Damit ich auch richtig Spaß im Tunnel habe. Oh, knattert schon wieder hier fleißig, ne? Damit ich auch richtig Spaß im Tunnel habe. Zack. Sportmodus rein. Im Sportmodus ist mein Malini, mein Maschine ein bisschen lauter. Dann mache ich das Visier natürlich auch für euch, ne? Hoho! Hoho! Das ist so laut! Hohoho! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich kriege einfach einen Orgasmus hier in dem Tunnel! Das war eine gute, weise Entscheidung, dass ich durch den Tunnel gefahren bin. Moinzehn! Grüß dich! Sieht mich nicht, okay. Trotzdem grüß dich. Das war eine sehr weise Entscheidung. So, ich bin jetzt gleich bei Kim auf der Arbeit. Also mache ich einen Cut und dann sehen wir uns gleich irgendwann wieder oder so. Keine Ahnung. Hoho! Also bis gleich. So, da ganz hinten im Horizont seht ihr Kim. Ich habe mich so sneaky versteckt, dass sie mich nicht sieht und an mir vorbeifährt. Oh fuck! Jetzt ist sie noch über die grüne Ampel gekommen und ich nicht. Oh, da muss ich wohl zusehen. Das ist ja jetzt ein Fail, ey. Ich habe mich so sneaky versteckt, die haben wir vorbeigefahren. Jetzt muss ich nur schaffen, die wieder einzuholen. Aber wenn ich die nicht einhole, dann wäre das schlecht. Die hat einen guten Vorsprung, glaube ich jetzt. Wenn sie dir da hinten die Ampel auch noch gut mitnimmt und ich nicht, dann hat die einen guten Vorsprung. Naja, dafür darf ich jetzt nochmal den Ost-Westfalen am Tunnel ein bisschen belärmen. Oh! Oh! Das ist ein Lärm! Das ist so geil! Oha! Hier ist Kim immer noch nicht, ey. Die hat die Ampel auch grün mitbekommen. Und ich nicht. Ei, ei, ei. Wenn die gleich eher bei mir ist, als ich, ne? Dann wäre das das Fail 2.0. Einmal bei der Schule abholen Fail und dann hier noch von der Arbeit abholen Fail. Vor allem auf dem... Ich bin... Keine Ahnung. Ich war... Vorhin hat man sie ja noch gesehen, so. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich sie in Bielefeld noch einhole. Einhole. Nein, jetzt habe ich auch noch einen fucking Bus vor mir, ey. Ich bin gleich schon aus Bielefeld raus, ey. Das war irgendwie nicht so ganz so geplant. Kim nichts ahnt, grüßt sie gerade zu mir. Gleich auf einmal komme ich erst, wenn sie da ist, so eine Minute später oder so. Also, als ob eine Ampel so viel ausmacht. Also, das ist jetzt hier Kirch-Dornberg. Die letzte Chance, Kim noch zu finden. Aber ich sehe kein Stück von ihr. Das ist ja unangenehm, ey. Eine Ampel. Sie hatte eine Ampelfase vor mir, da ist sie abgebogen. Und sie schafft es einfach... Ah Gott, ey. Oh Mann, wieso habe ich denn das doofe Gefühl, dass... Dass ich sie erst sehe, wenn ich zu Hause bin. Das ist jetzt wirklich eins zu eins, wie ich es eben gesagt habe. Ein Fail einer anderen Art. Letztes Mal, als ich sie von der Schule abholen wollte und so, da hatte sie eine Fahrstunde. Das Video kennt ihr ja wahrscheinlich. Und jetzt... So eine Kacke einfach. Was soll denn das? Na. Sieht auch noch rot, ey. Äh. Das eine Ampel so viel ausmachen kann. Hätte ich nicht gedacht. Also, wirklich nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht, wenn ich gleich ein bisschen Gas mache. Ja, ich mache gleich ein bisschen Gas, aber ich schneide es nicht rein. Kann ich nicht machen. Guck ich ins Gefängnis. Man kennt ihn. Den Knastwärter. Knacki Yamako. Ja, Knacki. Ja, das hört sich nicht gut an. Da hinten ist sie, glaube ich. Bäh, ich habe mal voll die fette Desbol-Flieger oder irgendwas. So voll mitten aufs Visier. Ey, aber... Bäh. Ja, da hinten sehe ich sie. Aber ich werde es, glaube ich, nicht schaffen, sie einzuholen. Oder schaffe ich sie einzuholen? Ja, doch. Ich schaffe es, irgendwie sie einzuholen, bevor ich zu Hause bin. Aber... Komm schon. Bitte wiegt keiner ab. Ansonsten muss ich... Da hinten fährt sie. Da hinten fährt sie. Rechts. Ja, dich muss ich überholen. Tut mir leid. Tut mir leid, Toyota, Mann. Das ist nicht persönlich gemeint. Ich meine es nicht persönlich. Sorry. Richtig nicht so oft auch immer. Okay. Ich hab dich gleich. Oh Mann, ey. Ist das schlimm. Ob sie das checkt, dass ich jetzt überhaupt nicht erwähne bin? Oh Gott, oh Gott. Kim mit ihrer neuen Kevlar Jeans. Sieht gut aus. Unangenehm, unangenehm. Weißt du, wann ich dich das erste Mal gesehen habe? Als du vom Parkplatz da runtergefahren bist. Du mich auch. Wirklich? Irgendwann? Dann hast du die Ampel grün bekommen und ich nicht mehr? Und dann hab ich die ganze Zeit versucht, dich einzuholen. Und hab dich jetzt erst in Tenhausen eingeholt. Ich hab keine Hunde vom Sonntag mehr, merkst du? Ganz schön frustrieren war das. Nicht mehr. Ich glaube auch, ey. Oh Mann. Freundin abholen Fail 2.0. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gehabt euch wohl. Tschüss.